Im Leben ist die Vergangenheit nicht wichtig. Was wichtig ist, ist die Zukunft. Wenn es sich nicht herausfordern würde, würde es sich nicht verändern. Das Einzige, was du machen musst, ist eine Entscheidung zu treffen und nie wieder zurückzuschauen. Wenn du schon denkst, denk größer. Trenn dich von den ganzen negativen Sachen und fang an, Tosenlief zu denken. Die Wahrheit ist, dass dein Erfolg nur von dir abhängig ist. Um dein Traum zu leben, musst du dranbleiben, auch wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Wenn du kurz vor dem Aufgeben bist, denk dran, warum du angefangen hast. Die besten Träume passieren, wenn du wach bist. Spür den Schmerz, im Mord, darüber zu lachen. Spür den Schmerz, im Mord.